Bibi und Tina sind zurück. Was? In Rotenbrunnen gibt es bestimmt viele Kinder, die Lust auf Reiten haben. Ferien auf den Reinerhof, oder was? Na? Was ist das? Eine Tür. Ja, der scheint dich ja schon mächtig beeindruckt zu haben. Nein? Ach so. Wer sind die Schmelz? Wollt ihr wirklich bleiben? Ja. Ich bin frei. Ich zieh mich runter. Ich bleib hier. Irgendwas stört mich bei denen. Ihr braucht doch die Kohle, oder? Jetzt holt den Gaul. Die sind doch echt anständig zu uns. Geh mal in den Supermarkt und sagst, hallo, ich bin anständig. Da kriegst du nix für. Ja. Die wollen Fantastico? Los, Pferd 1. Pferde! Der neue Film von Detlef Buck. Let's go! Regisseur von Bibi und Tina, Rubbel die Katz und Hände weg von Mississippi. Die Infokarten und Pferdeswaben springen überm Wasserkraben, über Stock und über Stein, da kann das Wohle sein. Du bist der Hexe. Bibi! Das sind Bibi und Tina, aber die aus unserer Kina. Sie jagen und nimmt, sie reizt und bestimmt. Wer ist das? Griffin Vlad. Ich stecke fest! Ja! Ich hab keine Angst vor starken Frauen. Oh! Ab 25. Dezember im Kino. Ich bin in der kgfhäden. Von Dürfen. 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 Dürfen.